So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Eigentlich wäre heute ein Forschungsvideo gekommen vom Hubi Michi Ticket, dem Wunderticket Teil 3. Das haben wir aber in der Märchenhöhle in Waldorf gefilmt, das Gelände gezeigt, ein paar Sachen dort, Eindrücke mitgenommen und irgendwie ist das doch eine Art kleiner Flocke geworden, der so cool Einblick gibt, mit, wer Waldorf Märchenhöhle nicht kennt, dass ich dachte, das mache ich als Freitagspremiere und wie durch ein Wunder gab es gestern Abend nochmal News, so dass ihr jetzt heute 15 Uhr nicht den Vlogs seht, das Pokémon-Video, sondern die News als News-Video. Und zum Glück habe ich gewartet, dass nicht gestern Abend als News rausgebracht, denn neben diesem Forschungstag, Flugformation, ist auch noch eine Meisterwerksforschung mit dem dritten Meisterball angekündigt worden und so kann ich jetzt im News-Video beide Themen behandeln. Der Meisterball ist natürlich das Highlight, dazu dann aber am Ende, denn wir wollen es der Reihenfolge nachgehen. Als erstes wurde angekündigt, Flug-Pokémon ziehen zum Forschungstag Flugformation. Und diese Überschrift verwirrt mich total, was, die ziehen zum Flugformat? Ich verstehe es nicht. Aber der Forschungstag hat eben seinen eigenen Namen. Der Forschungstag heißt Flugformation. So, was habt ihr jetzt hier drauf? Nix. Geronimatz war mal mega selten. Geronimatz musste man damals immer Raids machen, bis man den in Shiny gekriegt hat. Das war richtig brutal, da zu raiden. Rest, ja, ist okay. Habitag ist in letzter Zeit mega selten geworden. Von Dodo mit seinem schwarzen Hals. Ihr wisst, männlich-weiblich ist immer ganz interessant, wer da drauf achtet. Ansonsten erstmal nichts Krasses. Das ganze Ding ist 11. Mai, 14 bis 17 Uhr. Das ist die Zeit. Ihr wisst, wie so ein Forschungstag abläuft. Ihr dreht Pokestops, ihr kriegt dann Aufgaben, ihr macht die Aufgaben, ihr begegnet dem bestimmten Pokémon. Wir haben beim letzten Mal ja auch themenbasiert Elektro-Forschungstag gehabt, glaube ich. Pokémon des Tages, Fotoscheiben drehen, ihr begegnet Habitag, Dodo, Huthut, Schwalbini, Geronimatz. Die Chancen auf schillernde Exemplare sind erhöht. Es gibt drumherum aber auch wilde Pokémon. Taupsi, Kramurks, Wingull, Staralili, Dusselgur und Datiri. Was wäre denn jetzt aber gut? Ich glaube, die wilden Pokémon würden mich mehr interessieren als die Pokémon aus den Feldforschungen. Obwohl von denen ist ja die Shiny-Radar-Höhe. Dazu könntet ihr auf Shiny-Hand gehen, wenn euch da was fehlt. Wilde Pokémon ist Taupsi immer mal wieder interessant für viele Leute, auch wegen der Mega-Entwicklung noch. Kramurks habe ich ja versucht, Krypto-Kram-Chef-Armee aufzubauen als Flugangreifer. Aber Staralili, Starabdor ist eigentlich sogar besser als Kramurks. Aber ich habe jetzt schon meine Kram-Chef-Armee, deswegen interessiert mich Staralili erstmal auch nicht so sehr. Der Tiri für die GBL auch nützlich. Dusselgur, ja, sieht interessant aus. Mit Glück könnt ihr einem schillernden Exemplar begegnen. Also bei den normalen ist die Shiny-Chance erhöht, bei den wilden jetzt ist das Shiny verfügbar. Alles, was ihr hier seht an Pokémon, kann auf jeden Fall Shiny sein. Ihr wisst, ihr rennt also rum, ihr dreht Fotoscheiben, ihr kriegt dann eine Aufgabe, könnt ihr machen. Wer halt in einem kleinen Kaff wohnt, wo nicht viel ist, muss halt sehen, dass er mal in eine größere Stadt geht. Für die drei Stunden, wer da wirklich effektiv was rausholen möchte. Ansonsten habt ihr halt nur 10 Stops, 10 Aufgaben, das war's. Woanders habt ihr halt 100 Stops, 100 Aufgaben und da hat man eben mehr und länger was davon. Zum Glück seht ihr den nicht, der lenkt mich die ganze Zeit ab, weil er jetzt noch rüber guckt und guckt, was die macht. Der geht auch rüber und guckt drüben, dann siehst du es auch besser. Befristete Forschung. Für 1 US-Dollar gibt es wieder eine befristete Forschung. Die gab es beim letzten Mal auch bei dem Elektro-Ding. Das habe ich aber nicht gerafft, ja. Das war ja der totale Fail. Ich hatte diese Forschung, ich habe die erste Seite gehabt, habe gedacht, die hole ich dann im Ausbeute-Video ab. Aber am Ende der ersten Seite konnte man plötzlich einen Pfad wählen. Ich habe dann WhatsApp für mich entschieden, dass gefühlt nur noch WhatsApp auftauchen oder vermehrt auftauchen oder aus den Forschungen eben rauskommen, aus den Feldforschungen, und sich alles dann um dieses eine Pokémon, für das ich mich entschieden habe, sich darum drehen. Ich wusste das nicht. Ich habe dann normal gespielt, habe alles querbeet gehabt, war für mich ein Riesenchaos, habe aber geguckt, was kommt so an. Und dann habe ich das abgeholt und dann habe ich gedacht, ach du meine Güte. Da haben alle gelacht, gesagt, boah, das hast du ja komplett verrissen. Diesmal, weiß ich nicht, in der befristeten Forschung kannst du dich dann auch entscheiden zwischen Habitak, Dodu, Huthut, Schwalbini, Geronimatz. Da ich die aber alle nicht so interessant und krass finde, würde ich mich wahrscheinlich auch gar nicht während des Days entscheiden, sondern das halt danach anklicken und weiter normal bleiben, dass die halt alle gemischt auftreten. Geronimatz wäre aber mein Tipp, also wer jetzt sich gar nicht entscheiden kann und weiß, was er nehmen soll, nehmt halt Geronimatz, weil Geronimatz ist einfach am seltensten dabei, wohl noch mit am wertvollsten von den ganzen Sachen. So, ist eine Forschung, die ich nicht bräuchte, wer mir die gibt, dann danke dafür, aber ich werde es eh wieder verreisen. Sonst steht ja auch nichts weiter dabei, also Showcases müssten eigentlich an dem Tag da sein, wäre ja so ein Quatsch, steht aber nicht dabei. Deswegen, die meisten werden sagen, das Event brauche ich nicht, das reizt mich nicht, da gehe ich nicht raus. Was vielleicht mehr reizt ist, Fangwunder, eine Meisterwerkforschung für den Meisterball am Dienstag, den 14. Mai. 10 Uhr bis Sonntag, den 19. Mai, 20 Uhr. Da findet ein kleines Event statt, bei dem es vermehrte EP gibt, nämlich 10-fache EP für das erste gefangene Pokémon, 10-fache EP für den ersten gedrehten Pokestopp, 5-facher Staub für das erste gefangene Pokémon. Die Meisterwerkforschung Fangwunder ist erhältlich, ist kostenlos, musste nichts bezahlen. Es gibt am Ende einen Meisterball. Es gab schon zwei Forschungen bisher, man konnte schon zwei Meisterbälle bekommen. Manche Leute haben den schon benutzt. Ich konnte meinen gar nicht nutzen auf dem Main, der war dann weg. Ich habe jetzt einen auf dem Habanero-Lime-Account. Ich habe keine Ahnung, was ich damit mache. Ich werde das einfach aufheben. Und hier könnt ihr dann euren dritten Meisterball bekommen. Wahrscheinlich die meisten nehmen das für die Galavögel. Ansonsten schreibt es rein, was ihr damit gemacht habt. Außerdem werdet ihr mit Sternenstaub, EP, Beeren, Pokémon-Begegnungen und vielem mehr belohnt. Und die Forschung ist dafür konzipiert, euch über einen langen Zeitraum hinweg zu beschäftigen. Also da werden viele Sachen drin sein und euch natürlich, lasst euch Zeit. Es ist kostenlos, es ist eine Spezialforschung. Ihr holt die einfach ab, ihr könnt die einfach machen, wann ihr wollt. Das ist aber schon mal cool. Das ist dann wie mit Diancy. Müsst ihr auch abholen. Habt die, habt unendlich Zeit. Aber das ist wieder noch was Größeres. Das ist ja wirklich richtig was Bedeutsames. Hier steht noch dabei, Pokémon bei Feldforschungen. Event-Feldforschungen sind verfügbar. Am Ende gibt es auch Staub, EP, Pokébälle, Superbälle, Hyperbälle. Ein Artikel noch zum Webstore brauche ich nicht. Aber wo sind die Showcases? Auch wieder keine Showcases. Showcases sind doch immer mal dabei. Machen sie die halt spontan, weil sie sie hier immer vergessen. Das ist eigentlich gerade schon alles an News. Und ich habe so Bock auf das Video heute Abend, dass ich noch mal sehe mit dem Boot fahren und so. Oder mit dem Go-Kart fahren oder so. Das war auf jeden Fall cool. Das hat Spaß gemacht. Kleiner Ausflug nach Waldorf beim Wunderticket. Das seht ihr heute Abend als Premiere 20 Uhr. Ansonsten, ja, freut ihr euch auf euren nächsten Meisterball? Freut ihr euch auf den Feldforschungstag für die Flug-Pokémon? Ein paar Bonbons für Staralili. Würde ich mir vielleicht auch noch einen Meisterball holen. Aber der liegt bei mir eh nur rum. Ich mache gefühlt nie Abenteuerrauch. Ich hätte wahrscheinlich nie einen Galavogel auf dem Account bekommen. Deswegen. Ich hätte mich gefreut, wenn diesen Monat noch ein Raid-Day stattfindet. Raid-Days sind eben das, was mir am meisten am Herzen liegt und mir am meisten Spaß macht. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und habt ihr schon das neue Kanal-Maskottchen gesehen? Abstimmung. War im Community-Tab. Ihr habt gesagt, ihr wollt den Kopflosio oder wie der heißt. Obwohl er ja einen Kopf hat. Ist ja nicht so, dass er kopflos ist. Er hat einen Kopf. Ist ein Clown. Und ich glaube, der ist auch nicht bei uns, weil wir den Klotz bekommen. Diesen steinernen, fetten Brocken. Und die anderen kriegen das. Und deswegen ist es jetzt unser Kanal-Maskottchen, dass wir immer sehen, was wir nicht haben. Perfekt. So muss es machen. Peace out. Und vorhaut euer Ramses.